So, haben wir hier schon Sachen erforscht oder wie war das? Auf dem Planeten waren wir glaube ich schon, oder? Wir können direkt was scannen. Was geht hier? Wir dürfen schon auf das scheiß Ding hoch. Das ist schon cooler Aufzug. Was, da muss man hochklettern? Oh Gott. Was ist das? Oh Gott, wie hoch kann man da? Was gibt es da? Das sind so Fliegviecher. Hast du dich schon erforscht? Oh Gott, das ist total schwer. Metallfinger ist da. 186m entfernt. Was ist das hier? Holoprojektion? Ich mach mal das hier an. Tu es. Im Holotherminus sind momentan keine eingehende Anrufe registriert. Die Protokolle des letzten Anrufs sind verfügbar. Ob Protokolle zugreifen. Hast du dir die Viecher auf der anderen Seite schon gescannt? Oder? Hub als Huvernet Rundum. Achso. Achso. Strahlungsschutz. Ja, Strahlungsschutz. Ja, Strahlungsschutz. Diesen Metallfinger. Ich will noch kurz mal den aufladen. Das ist eine gute Idee. Jo, wir haben eine Verabredung. Okay, dann musst du uns jetzt mal noch sagen, wie das funktioniert, dass wir das machen können. Was wir noch nicht wollen ist, dass du jetzt uns quasi mega den Stuff bringst. Also wir können uns gerne treffen und irgendwie irgendwas zusammen starten. Aber wir wollen jetzt nicht, dass du uns mega die Sachen bringst. Weil das wollen wir halt alles so selber erforschen. Das verstehst du mit Sicherheit auch. So an sich treffen. Auf jeden Fall hammer coole Aktion. Aber wir wollen halt alles natürlich erspielen und erforschen in dem Game. Und dann musst du uns eben sagen, was wir noch brauchen, um dich dann quasi her zu porten. Das da oben ist nicht zufällig gerade zum Ding. Wie hieß das, Jörg, was hier war? Na, das war Kommunikation hier, das oben der Turm, gell? Talfinger. Ach, das ist hier zum Abbauen. Hier kann man Uran abbauen, Jörg. Das ist kein Ding. Für das Schiff zum Tanken. Wo? Hier wo ich bin. Das sind Metallfinger heißen die Dinger. Wir müssen noch Raubkreaturen eliminieren. 13 Stück. Hast du die Quest auch? Nein. Ich habe mit ihm, glaube ich, damals nicht geredet, wo du das angeleitet hast. Ja, das Problem ist ja auch, dass das oftmals gar nicht geht dann, wenn ich mit ihm geredet habe, dass du mit ihm redest. Weißt du, ich meine? Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Was geht ab? Kann man schon wach sein? Ja, gerade so. Kannst du uns im Game jetzt quasi beitreten, oder? Ja, ich bin schon so gut wie da. Ja, ich bin schon so gut wie da. Ei, ei, ei. Ruckzuck. Das ist das einzige, wo ich so sage, das wäre, wenn das so wirklich so komplett open world wäre. Du bist aber jetzt nicht gerade gelandet, oder? Ja. Was? Ich habe nämlich gerade irgendwas landen gehört. Ah, das sieht schon aus wie Boba Fett. Was geht ab? Kann man hier irgendwie winken? Was habe ich jetzt gemacht? Ja, kann man ein bisschen was. Du kannst tanzen. Wie geht das? Ich habe das, glaube ich... Holy! Habe ich jetzt geschlagen, oder was? Was ist geil? Ne, ne. Äh, schaust du mal X, und dann gibt es hier so ein, äh... G ist ein Menü. Ja. Ist ja geil. Man hätte sonst noch nicht gebraucht. Genau. Okay, das mit dem Fliegen geht schon schneller. Hahaha. Ja, ich habe halt fast überall inzwischen S-Module drin, also das ist dann... Ist halt dann einfach so gut. So, Jungs, was ist euer Plan? Wir haben keinen Plan. Das ist gut. Hahaha. Also, ich bin ziemlich voll und ich glaube, mein Raumschiff auch. Ich muss mal gucken, äh... Muss manchmal mal ein ganzer Scheißhütter loswerden. Ja, gibt es zwei Möglichkeiten? Verkaufen oder Basis bauen und in schönen Containern... Ja, das war, glaube ich, so ein Punkt, wo wir noch nicht so wirklich, äh, Dinge, äh, die Container... Dafür müssen wir, glaube ich, wie war das, so ein Bauquest machen oder irgendwas? Weiß nicht, wie weit wir das... Ja, da geht so ein Quest durch, dann kannst du auch noch Fahrzeuge erstellen und so, das ist eigentlich ganz lustig. P, was haben wir denn, der Weg des Atlas, die Welt rum, Anomalie? Von der Mission her, halt, waren wir bis jetzt gerade nur, äh... Muss man irgendwo speziell hin, um diese Baumission anzufangen, oder? Haben wir die schon angefangen und wissen gar nicht? Nö, nö. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr einen Bauplan-Analysator... Den haben wir schon gebaut, ja. Den habt ihr schon, okay. Weil dann könnt ihr diese ganze wiederhergestellte Technologie dann dafür verwenden, um Baupläne für eure Basis zu verwenden. Dann könnt ihr halt plötzlich eine Tür und ein Fenster und sonst irgendwas... Ähm... Achso, die Niederhalterstärken Technologien oder was? Genau. Achso, weil wir die sonst nochmal verkauft haben... Ja gut, wir haben schon einige Sachen dort drin schon erforscht, was wir eben gebraucht haben, so zum Bauen, aber... Da waren halt irgendwie auch Sachen, die waren irgendwie uns nicht so wichtig. Aber muss man... Ist es dann auch besser, wenn man die dann... Mehr erforscht? Kriegt man dadurch wieder mehr, oder... Wie ist das? Oder braucht das nicht? Ne, du kriegst dann einen Bauplan und der Bauplan sagt dir dann, was du für Materialien brauchst, um das Ding dann wirklich herzustellen. Okay. Äh... Wo ist unsere Basis? Die haben wir verloren. Ne, Basis verlieren kannst du fast gar nicht. Ne, die ist doch glaube ich sogar in diesem System, wo wir gerade sind. Echt jetzt? Da hat die Basis, nicht dieser Planet, ja. Okay, das wäre ja nicht geschickt. Ach, wir wollten die Galaxie wechseln, haben sie aber dann nicht. Ja. Guter Plan. Ja, dann lass uns da mal hinfliegen. Ich würde euch anraten, euch in einem reichen System anzusiedeln. Das macht dann mehr Sinn, wenn man dann Handel betreiben will. Okay. Gut, das war ja, wir waren jetzt ja hier noch nicht wirklich... Oh, das ist das Stufenfeld, das Teil. Da sind ja uns das voll die Kat-Pratzen dagegen noch. Wir haben dann auch das erste Raumschiff. Holy shit, ich bin irgendwo runtergefallen. Ja, Raumschiff ist so eine Geschichte, ey. Ja, wir haben schon geguckt, die sind ja ganz schön teuer, wenn du sonst den kaufen willst. Ja, das stimmt. Gut, mal 10,5 Petronen oder sowas. Holy shit, ey. Das geht ab. Also, fliegen wir jetzt zur Basis, oder was? Ja, hätte ich auch gesagt, ja. Schauen wir da mal vorbei. Ja, unsere Basis ist halt auch wirklich nur so mal hingebaut, dass wir was gebaut haben. Wir haben uns jetzt ja nicht uns fest angesiedelt. Ihr müsst jetzt nicht erwarten, dass ich jetzt hier denke, ihr habt hier New York City hingebaut. Das ist bei mir auch nicht der Fall. Okay, und was jetzt mit dem... Das Schiff da drüben kann ich da noch kurz hinpinkeln. So an das Raumschiff. Oh, der winkt mir. Das ist jetzt seins. Verlassenes Raumschiff. Rasender Kackhaufen. Wenn ihr wollt, könnten wir mal eine kleine Sightseeingtue durch meinen Frachter machen. Können wir in deinen Frachter rein? Ja. Der ist über euch. Also über uns. Achso, Moment mal. Ey, was man? Dieser Sternenzerstörer da oben. Ja. Kannst du mich jetzt verarschen? Was für ein scheiß Sternenzerstörer? What the fuck? Ja, da oben. Guck doch mal nach oben. Wir können schon fast nicht vorbeigucken. Ach du Scheiße. Shit, Alter. Was geht ab, Alter? Ich habe es gedacht. Okay, cool. Das ist ein verfluchter Planet. Das ist kein Sternenzerstörer. Was zum Teufel. Was zum Teufel. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was Greta? Was ist das? Was ist ein Essen? Was ist das?